Was ist das, dass wir in der Deckung stabiler geworden sind? Ich denke ganz einfach, dass wir insgesamt in der Deckung stabiler geworden sind. Es ist zwar nicht immer alles gut, aber doch insgesamt im Vergleich zum letzten Jahr sind wir wesentlich stabiler in der Deckung geworden. Und ich denke, wenn wir richtig konzentriert sind, können wir auch richtig gut Abwehr spielen. Und davon gehe ich eigentlich aus jetzt erstmal.